Hallo an alle und herzlich willkommen bei uns in unserem Online-Deutsch-Unterricht. Ich bin Sorgant, eine Freundin von Ihnen und Ihre Lehrerin. Heute wollen wir ein Gespräch über Bankkonsuch haben. Wissen Sie, Herr Schmidt hat ein Problem mit der Überweisung und er ruft bei der Bank an. Und er will seine Probleme klären. Das wollen wir zusammen lesen und lernen. Dann bleiben Sie bitte auf jeden Fall da. Zulich von Amherz mit einem hier ein Mokalmü. In dieser Mokalmü, Herr Schmidt ist eine solche Mokalmü. Er hat ein Mokalmü. Bei einem Mokalmü ein Mokalmü ist eine Mokalmü. und die Zeit, die eine Mokalmü. Sie haben sie dabei. Mit einem Mokalmü. Ich wünsche Ihnen einen Mokalmü. Wenn Sie also einen Mokalmü. Dann lasst uns anfangen! Wie ich gesagt habe, wollen wir heute zusammen ein Gespräch lesen und lernen. Es geht um das Problem, das Herr Schmidt hat. Wissen Sie, er hat seinen Eltern ein bisschen Geld überwiesen, aber seine Eltern haben das Geld noch nicht bekommen. Und deswegen ruft ihr bei der Bank an und will mit einer Bank an gestalten. Sprechen aber es nicht, es ist auch sehr. Und ja, und so geht es. Ich habe heute gesagt, dass wir heute ein Gespräch haben. Das ist ein Gespräch, das ist ein Gespräch, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich habe heute gesagt, wir haben das Geld überwiesen. Aber wir haben das Geld, die ich nicht überwiesen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ich habe ein Problem mit einer Überweisung. Ist der Schreibe da? Der ist für mich zuständig. Hallo, ich bin Tom Schmidt. Ich habe ein Problem mit einer Überweisung. Ist der Schreibe da? Der ist für mich zuständig. Salam, ich bin Tom Schmidt. Ich habe ein Problem mit einer Überweisung. Ich habe ein Problem mit einer Überweisung. Er ist der Schreibe da? Der ist für mich zuständig. Der ist für mich zuständig. Der Schreibe kommt nächste Woche. Er ist auf Urlaub. Auf Ferien, auf Urlaub, ja in Ferien, ja in Urlaub, 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 ja in Urlaub. Ich habe ein Problem mit einer Überweisung. Ich habe ein Problem mit einer Überweisung. Ich habe ein Problem mit einer Überweisung. Ist der Schreibe da? Der ist für mich zuständig. Der Schreibe kommt nächste Woche. Er ist auf Urlaub. Aber ich kann mit einer Überweisung. Ich habe ein Problem mit einer Überweisung. Ja, gerne. Ich habe ein Problem mit einer Überweisung. Ich habe ein Problem mit einer Überweisung. Er braucht ein Problem. Ich habe ein Problem mit einer Überweisung. Ich habe ein Problem mit einer Überweisung. Das Geld ist auch von meinem Konto abgebucht, aber bei meinen Eltern ist das Geld noch nicht angekommen. Warum dauert das denn so lange? Also, ich habe am Anfang der Woche eine Überweisung getätigt. Das Geld ist auch von meinem Konto abgebucht. Das Geld ist auch von meinem Konto abgebucht. Wie handelt es sich denn? Ich habe 2500 Euro oder 2500 Euro. Ich habe 2500 Euro überwiesen. Meine Mutter hatte einen Autounfahren. Ich habe einen Schnelles wie möglich, die ich überwiesen gemacht habe. Damit sie sich da oben nicht. Und ich habe mich überwiesen. Das ist die Frage. Das ist meine Eltern. Ich habe mich nicht. Ich habe mich überwiesen. Ich habe einen Schnellsweig-Möglichkeit. Ich lese das noch mal auf Deutsch. Warum geht es denn genau? Also, ich habe am Anfang der Woche eine Überweisung getätigt. Das Geld ist auch von meinem Konto abgebucht, aber bei meinen Eltern ist das Geld noch nicht angekommen. Warum dauert das denn so lange? Warum dauert das denn so lange? Tut mir leid. Um welchen Betrag handelt es sich denn? Ich habe 2.500 Euro überwiesen. Meine Mutter hatte einen Autounfall. Ich habe also schnellst wie möglich die Überweisung gemacht, damit sie sich darüber nicht auch noch Sorgen machen müssen. Aber ich möchte Ihnen das alles überwiesen. Ich habe auch einen Tag gemacht. Ich habe ja eine Dinge gemacht. Schap. Schap. Ich habeamos den Grund. Und dann kann ich meine Mutter den vorwinden. Ich habe eine Frage gemacht. Schap. Ich habe uns das Geld gemacht. Ich habe mich wegen dem Stimmt. Ich habe mir das Gefühl, dass ich Sie schimpel machen kann haben. Und dann sagen wir uns einmal anwaltend. Ich habe mich über Common? Nein, ich habe mir estamos gemacht. Ich habe mir zu, dass ich nicht richtiges Vorwärts positional sind. Und dann. Hier ist meine Katte Nummer. Ja, meine Eltern sind in Österreich. Ist da ein Problem? Weil ich meine Eltern in Österreich ist ein Problem. Nein, aber dann wundert es mich nicht, dass die Überweisung noch nicht bei ihren Eltern angekommen ist. Nein, aber dann wundet es mich nicht, dass die Überweisung noch nicht bei ihren Eltern angekommen ist. Nein, aber ich habe mich nicht, dass die Überweisung noch nicht bei ihren Eltern angekommen ist. Überweisungen ins Ausland dauern meist ein paar Tage länger. Überweisungen ins Ausland dauern meist ein paar Tage länger. Nach der Unterkaufung der Mali bei den Kishverhagen sind wahrscheinlich ein paar Tage länger. Ich lese das noch mal noch auf Deutsch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Nennen Sie mir bitte Ihre Kontonummer. Dann schau ich nach was da nicht stimmt. Warten Sie hier ist meine Karte Nummer. Danke, so dann schau ich mal. Ah ja, hier ist die Überweisung. Ach, die ging ja nach Österreich. Ja, meine Eltern sind in Österreich. Ist da ein Problem? Nein, aber dann wundert es mich nicht, dass die Überweisung noch nicht bei ihren Eltern angekommen ist. Überweisungen ins Ausland dauern meist ein paar Tage länger. Lengra. Herrahe man basen. Ma kalemarra bau hamdegüje. Terminieren. Das dauert normalerweise eine Woche, also bis Mittwoch. Wir haben eine gute Frage. Wir haben eine gute Frage. Gibt es denn eine Möglichkeit den Vorgang zu beschleunigen? Ja, es gibt seit zwei Wochen die Möglichkeit eine Echtzeitszahlung. Ja, es gibt seit zwei Wochen die Echtzeitszahlung. Die Echtzeitszahlung die Echtzeitszahlung die Echtzeitszahlung die Echtzeitszahlung die Echtzeitszahlung die Echtzeitszahlung nicht enden. Die Echtzeitszahlung Die Echtzeitszahlung die Echtzeitszahlung Danke, das war Dich. Mahmoudam, hat man wieder an den Jamm wiederum. Hallo, schönen Tag und schönen Tag noch. Ein paar Dinge, die bei Almanie beseitzen. Wie lange dauert es denn? Ich habe bereits am Mittwoch überwiesen. Das dauert normalerweise eine Woche, also bis Mittwoch. Gibt es denn eine Möglichkeit, den Vorgang zu beschleunigen? Ja, es gibt seit zwei Wochen die Möglichkeit, eine Echtzeitzahlung. Das müssen Sie allerdings direkt bei der Überweisung angeben. Jetzt kann ich das leider nicht ändern. Ach, das wusste ich nicht. Dann werde ich das beim nächsten Mal probieren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Eltern alles Gute. Sollten Sie noch Hilfe benötigen, dann melden Sie sich gern bei mir. Danke, das werde ich. Und das war unsere heutigen Sitzung. Heute haben wir zusammen ein Gespräch über ein Problem in der Bank gelernt und auch gelesen. Ich hoffe, dass Sie alle diese Sitzung wirklich gut und sinnvoll finden. Das war die Jalasse im Wiesbaden. Wir müssen mit ihm wiederum eine Mekalmung machen, weil wir die Möglichkeit haben, die zu einer Banken zu machen. Wir wollen, dass die Jalasse für alle auf die Banken zu finden. Und bis später. Bis dann. Bis dann.